So, was macht er? So, da ist der nächste Standard. Peter, was macht er? Selbstmord. Ey, das ist jubelig, das Standard auch, okay? Warum nicht? Das ist gut. Der Junge ist echt nur der Kanal, muss ich sagen. Der macht nicht gut, dass wir jetzt. Ah ja. Bus, Auto, Taxi, Reisenbahn, Zug! DP, Vollspan, auch nichts. Hä? Keine Tomate? Keine Apfelschorle? Hä? Hä, was dann? Tomaten! Scheiße! Safe bist du der rechte Typ da? Hä? Hä? Warum heißt du eigentlich Pius und Sylip? Also Sylip ist Pius und verkehrt rum, ja? Und Pius ist mein Vorname nur im Relife mit einem U statt mit zwei Us. Statt Pius. 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 Genau. Hast du wieder was gelernt? Aber ich hasse... Ich hasse Tomate. Oder du meinest du hasst oder hasst? Hassen? Hassen? Oder du hattest... Oh lol. Bäm! Der Tomatenautomat, ja. Blue muss über 1000 Punkten lohnen. Er ist ja skillig, hat er gesagt. Er ist weiter! Was? Alles klar. Ah, ja. So, gleich bin ich heute ran. Ich muss schon mal hier aufpassen, gleich zu zensieren, ja. Gleich bin ich dran. Animal Crossing Musik. Sehr entspannt. Was malt er? Der vorletzte Zeichner. Äh... Nn... Nee. Mord. Mord? Ah, nee. No. Nicht Hamburg! Nord! Berlin. Aber Berlin ist für mich nicht Norden. Hä? Ah! Nee. Nee. Kein Lidl. Nein. Was? Ah, ja. Auf die letzte Sekunde. So, und jetzt ganz schnell. Jetzt bin ich dran. Ja, geil, die Wörter sind ja hier echt optimal, ey. Okay. Die Wörter waren richtig scheiße. So. Lecker, lecker, lecker. Ich nutze eigentlich keinen Strohhalm, aber ich mache hier mal einen rein. Lecker. So, hier das... Ah, ich kann es auch ausfüllen, glaube ich, ne? Obwohl. Oh, doch, geht sogar. Krass. Heftig. So. Jetzt müsst ihr jetzt wissen, ob ihr Pech gehabt. Mehr gibt's hier nicht als Hilfe. Und so sah es aus. Das war der Orangensaft. Die anderen Auswahlmöglichkeiten waren Polly und... Ich glaube, tot. Ich bin Fünfter. Na, immerhin. Immerhin Fünfter. Sehr schön. Ja, das war Runde Nummer eins. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite. In einer neuen Lobby. So. Neue Runde. Neues Glück. Ja, ja. Yeah. Du warst erster, ne, Blue? Glückwunsch. Schaffst es doch mal. Wenn du willst. So. Ich nehme dieselbe Wörter nochmal rein, die noch nicht dran kamen. Und dann nehmen wir gleich neue. So. YouTube hat mir viel zu oft. Das kommt raus. Und dann gucken wir mal weiter. Hätte ich fast nicht hingeguckt. Wir machen immer zwei Runden. Der Daumen hoch ist immer gut. Der Suic ist ein Ehrenmann, ja. Kann ich wieder gucken? Komm, ja, kommt ab. Komm!", komm. ffff. Komm, ja. Kann ich super. Bam. Komm, ja, mit runde nummer 1 anfangen tut pius ist kam erst fünf minuten polo polo was ist das für ein wort also was ist das für eine es macht keinen sinn einfach nur die frage die frage die das wort einfach nur hinzuschreiben das ist da irgendwie so ein sinn dahinter oder so aber einfach nur das wort das ist leben da des lehmt und galo face auch du bitte spam nicht vorhin dem begriffe wenn noch nichts passiert ist das war auch ganz leise das war kein spam wettbewerb sondern ein raten wettbewerb ja das könnte eine kartoffel sein ne regen oder so chips eine bohne die erbsen jetzt ja noch schwarz reifen was ist das was und nach schwarz ist mit was grünem drin eine ampel ein apfel genau ampel auch nicht ich verstehe gar nichts mehr oi jetzt kommt hier joshi musik wer kennt die musik avokal oh god das habe ich vor kurzem gekauft für meine oma im laden aber die ist nicht so schwarz sie ist dunkelgrün moris ist dran ich wurde einfach rausgeworfen null oder einfach äh verbindungsfehler kann ja sein ja moris ist bisher sehr kreativ auf jeden fall er äh kommt gut zurecht er kennt sich aus und hat den plan me mi ui melinda nö äh am meer vielleicht hamburg oder so wegen meere am meer habe ich doch gar nicht geschrieben meeren miren was ist das miren g m 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 steht da auch nicht mir ein mirenche was ist mir rente es wissen sogar ein paar ich weiß es nicht ich weiß nicht sagen wir dann freu ist gut er mich erde leuten das ist das denn das hat mir mal so gar nichts wie ich jetzt komplett los oder muss man das nicht kennen ich öffne google und in dem moment werde ich gekickt ja dann halt noch mal ja super wollen wir sind die wörter gespeichert ja immerhin muss ich ja gar nicht groß kopieren ja hat haben wir noch mal die chance alle die eben noch nicht reinkam ich habe eine neue chance rein zu steunen neuer versuch das war ja ärgerlich jetzt ja gar nicht google verboten im nachhinein im nachhinein ich guck was das ist hier und und die mirenche oder so neuer versuch ach oh gott ich bin lost das heißt nicht mirenche oder sonst was das heißt einfach mehr enge ok schneiden wir raus mehr enge ok macht mehr sinn schneiden wir raus nie passiert oh gott mein zeichnet ist bereit ja lol kann es halt echt nicht mehr enge ja gut das macht dann schon mehr sinn aber ich bin selbst drauf gekommen ja ok jetzt ist sogar der hammer büro dabei och pius ja mein gott österreicher kann doch österreichisches wort sein wer weiß wer weiß wenn die auf twitter reden in österreich deutsch da ich verstehe gar nichts mehr also nur ich kann nur noch raten was da steht was da ich für die musik hier ja ja ich kann nur noch raten was da steht schreibe wird auf österreichisch pascal schreibt einfach nur noch jetzt ok vielen dank no hate was das eine karotte ja irgendwas grünes karotten ist sind rot-orangen schon klar ist mir schon klar aber vielleicht der stil salat wieder nicht belastend galaxy kann es tut mir leid kann jetzt auch nichts ändern ich bin ich drin blöd aber du warst ja schon alle dabei heute ne was ist denn das ist eine pflanze ich habe gestern meine pflanze gedüngt voll stolz auf mich habe ich echt gut gemacht am blatt habe ich gar nicht reingenommen das als wort sturm oder so das so ein blatt bewegen im wind blatt plus ich wollte gerade sein blatt salat aber ne war auch falsch laubhaufen ok bitte pios ist to bitte macht diesmal vernünftig mit jetzt ist mir sehr schön nicht wie eben noch mal enemy crossing jetzt kommen die enemy crossing wieder was ist das und paul crossy musste los alles klar er musste die krosse krabbe steht da lehrer so eine tafel oder so nicht hier auch nicht kanalmitglied hallo ok bei ihm läuft wie immer ganz gut keiner weiß was er meint haus gleich bitte schreibt mich so am rand villa ist einfach ok 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 alles klar und bitte bern schreibt nicht irgendwelche komischen begriffe die keiner versteht was ist das stuhlbeine tisch nein das so auch stuhl was ist das bank eine acht okay bern hat irgendwelche probleme der spammt hier den chat voll ich bin ein profi nein nicht billigrad war wie schreibt man das ach doch hier so billiard doch jetzt habe ich war gerade ein bisschen verwirrt wie viele äls da hinkommen okay sehr gut und paul du mach bitte dann nicht nach ihm dann wird es auch noch ein timeout rein billiard hauschen willkommen zwei klätze sind frei oder also joint gerne falls ihr lust und laune habt link ist im chat das ist eine warte wie heißt das das sieht so komisch aus aber ich weiß was er meint oder ich komme da ich nicht drauf oder ne keine lichtstrahlen oder sowas vielleicht ein lichtstrahl ne glühbirne ich hab dich aber ne dankeschön willkommen auf dem kanal willkommen bei team tut grüß dich blutbirne ne okay nächstes wort jetzt ist der david dran der österreicher moin servus moin ich hab ach du heiliger was ist das irgendwas eine pel oh er malt die das sieht aus wie ein robot oder das ist ein mensch der kopf ist ein bisschen merkwürdig nein das ist kein oktoling ah hier auch bitte lernt schreien bios bitte zippen keine schaufensterfigur hä doch noch anders geschrieben bam ich bin gerade neunter mit 190 punkten was was ist los das haben wir sehr gut gezeichnet also david gut gemacht das ist toll schaufensterpuppe ja jetzt ist atrium dran was macht er wir sind sehr gespannt er malt einen braunen kasten den er jetzt durchstreicht aha ah das könnte ein brief sein post e-mail nee was ist das soll das ein pfeil sein das ist ein i k i hä habe joghurt gönnung kiste oh oh ok bin ich gar nicht drauf gekommen sondern bin ich wieder dran nach dem hammer pro bei mir läuft es du bist erster blu ist war auf dem vierten und ich bin fünfter es läuft ah apple ah 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 äh 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 hä mit drei Buchstaben oh nein das ist oh Gott wie heißt das oh Gott ne boah das ist das Kartenspiel ich komme gerade nicht auf den Namen bin da nicht so drin gewesen bisher ah 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 ich habe das halt nie wirklich verspielt habe einmal andere Spiele geschrieben wie Uno oder so Uno letzte Karte aber da kann man natürlich drauf kommen klar ich hätte jetzt irgendwie Pieck gedacht oder sowas ah ja gut mit A macht Sinn kritisch oh was ist das für Musik hier Pikmin 3 aha was ist das was ist das ja es war auch richtig irgendeine Person oder so die ist so aus von den Umrissen hätte auch einfach Zelda aus aus Breath of the Wild machen können wenn du verstehst was ich meine ja du denkst sehr erfolgreich Verb tanzen nicht dachte ich so wegen den Armen und so die tanzen wapp wapp oder so ah hier jetzt wird's kritisch laufen als ob als ob scheiße ja so jetzt bin ich dran oha okay jetzt wird's lustig ich sag zum Tipp das ist eine seitwärtige Ansicht haben wir eine Person sie läuft da hoch und es geht um das hier was könnte das sein das kennt man aus Animal Crossing ah die wissen es alle schon die wissen es alle schon was ist los mit denen die Person läuft da hoch und was könnte das sein abgesehen von einer Treppe die wissen Bescheid die kennen sich aus die Leute das sind alles erfolgreiche Denker Rampe tolle oder Leute yay Runde 2 auch die letzte Runde nehm ich mal an sie tanzt den Tod oder er naja wie den Käse genau was ist das weiß ich nicht äh vielleicht äh Prommels oder so ja genau Prommels ne hm gute Zeichnung dankeschön Steve Ehre Mann war ihm echt gut ne ah hier bam easy ich hatte erst an Pommes und eine Art Popcorn gedacht ja stimmt sehr schön das war dann doch ganz einfach aha ja so ist heute voll aktiv als Mod und so also er macht das heute echt gut hier bin sehr zufrieden mit ihm er macht einen sehr guten Job oder Leute einen sehr guten Job macht er so da der nächste ist noch der Peter was macht er selbst ey das ist so das ist ein anderer ok abonniert ihr Leute der ist gut der ist der so ist echt ein guter Kanal muss ich sagen also der macht echt gute Videos ah ja äh Bus Auto Taxi Eisenbahn Zug DB Deutsche Bahn auch nicht auch nicht Pius ist dein zweitkanal wenn ja wird er von dir betrieben wenn ja wer ist gerade hinter sleep das war ein zweitkanal ja ich meine natürlich ein anderer und wer den betreibt ja das ist so gute ist eine gute Frage es bleibt Mysterium LKW oh oh das war ein sehr gut ich weiß nicht ich weiß nicht das war ein was ist denn das ähm äh äh ne ah kanns nur ganz nett mit zwei fahren nur zwei aber okay kann man kennen und wie raus Silvester das kann man nicht das ist naja das ist besser das ist 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 ja äh schien nicht was kann das sein äh 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 was ist das Nein! das ist äh ok ja hei was ist das äh was ist das weiß nicht nein 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 äh was ist das ok 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 nicht auch ja 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 was ist das für wörter oh man ach komm jetzt muss ich wieder das andere die wörter waren beide scheiße jetzt muss ich wieder was nehmen was sie alles schon annehmen machen wir jetzt mal anders machen wir jetzt mal anders ähm ähm das war das war Mario also die Mario Welt halt ne so gewonnen hat Hammerbrot zweiter ist TML dritter ist wieder Blue und ich war wieder ganz zweiter ich schreibe nicht ich schreibe nicht erst mal mehr verdienen als wir lassen aber ich war schon mal in den Top 3 ja krass ne ja Leute das war's für heute das war's das war's für heute das war's für heute wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video oder stream das war's für heute intend snip die glatt du 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 Oder früher oder später liegen wir in einer Wüste Komm, wir schreiben Geschichte